Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jeder Frühling bricht bei uns, je nach Region, ein mehr oder weniger starkes Fieber aus. Das Spargelfieber. Feinschmöcker pilgern in die bekannten Spargelhochburgen und lassen sich dort von diesem heissgeliebten Saisongemies verwöhnen. Oder probieren zu Hause die neuesten Rezepte aus. Auch Armin Amrain serviert jetzt auf dem Burgerstock Spargeln in allen Variationen und wird uns heute mit einem feinen Rezept überraschen. Grüezi miteinander. Spargeln brauchen leichte, sandige Böden und eine gewisse Wärme. Die ersten Spargeln kommen darum aus Südspanien in unsere Läden, wie die von der Marke Royal. In Spanien, genauer in Extremadura, hat ein Team vom Coop-Studio in der Gegend von Badacos bei einem von den grössten Spargelproduzenten und Coop-Lieferanten beobachtet, wie die weissen Spargeln geerntet werden. Von Natur aus wären eigentlich alle Spargeln grün. Wenn man aber wie hier Erde aufschüttet und Spargeln durch die warmen, dunklen Dämmwachsen lässt, gibt es daraus eben die weissen oder bleich Spargeln. Gestochen wird, bevor geköpfte Erdkruste durchstossen. Im Licht und an der Sonne würden sie sonst schnell violett und nachher grün. Nach der aufwendigen Arbeit auf dem Feld werden Spargeln im Betrieb nach Grösse, Wuchs und Farbe vom Kopf erlesen. Die mit Fählen aussortiert, gewaschen und zu den bekannten Portionen bündelt. Und so finden sie sie diese Woche in unseren Läden. Weisse Spargeln Royal aus Spanien zum Aktionspreis von 6,50. Jetzt aber zum Rezept. Was ist es diesmal, Armin? Es ist ein Spargelgisch. Man kann sie als Vorspeisse, Halbgang oder ganz einfach zu einem Glas Weisse servieren. Und sie ist besonders geeignet, wenn sie gestern wartet, weil man sie gut vorbereiten kann. Klingt wie immer vielversprechend. Bitte, Armin. Runden Blätterteig oder Kuchenteig auf dem Blech auslegen und wie gewohnt ein paar Mal einstechen. Die weissen Spargeln gut schälen, die grünen frisch abschneiden. Im kochenden Wasser ca. 12 Minuten dämpfen und nach dem Abkühlen, je nach Dicke, eventuell halbieren. Den Teigboden mit geriebenem Greyerzer oder Sprinz und gehackten Frühlingszwiebeln bestreuen. Die Spargeln darauf anordnen und die Würfelchen von einer Tomme oder einer Niedelkäse verteilen. Für einen Guss Teier, Halbrahm mit einer Preise Salz und einer Messerspitze Musket, Pfeffer, Peterli und Timian Blättli verrühren. Auf der Kiste verteilen und mit den Pinienkernen bestreuen. Zuerst bei 250 Grad im vorgeheizten Ofen eine Viertelstunde auf der untersten Rille. Dann auf 200 Grad reduzieren und nochmal 15 Minuten fertig backen. Das Rezept finden Sie diese Woche in der Bilage der Coop-Zeitung im Frischmarkt-Magazin. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Und mit einem grossen Gemischten Salat serviert, wird die Gischt sogar zu einem vollwertigen vegetarischen Gericht. Danke Armin. Spargeln aus Südspanien und auch aus Frankreich gibt es jetzt also günstig im Coop Frischmarkt. Spanien hat aber noch mehr zu bieten. Nämlich herrliche Frühlings- und Herbststäge und ein beneidenswert mildes Klima auf der Andalusier-Rundfahrt von Coop-Extra-Reisen. Neben Sonnen, Strand und Meer bietet Costa del Sol eine Vielfalt an kulturellen Höhepunkten. Im Hotel von Ihrer Wahl geniessen Sie erholsame Tage am herrlichen Sandstrand und entdecken Malaga und Umgebung auf eigene Faust. Auf den fakultativen Ausflügen mit Coop-Extra-Reisen haben Sie die Gelegenheit, die britische Kronkolonie Gibraltar, die maurische Königsstadt Sevilla oder Granada mit dem weltberühmten Alhambra-Schloss zu besichtigen. Im Preis ab 795 Franken inbegriffen ist der Linienflug mit Iberia, sieben Nächte mit Halbpension in gutem Mittelklass-Hotel in Torremolinos und Betreuung durch die Schweizer Coop-Extra-Reiseleitung. Und wenn Sie wollen, dann können Sie jetzt gerade reservieren oder den neuen Katalog mit einem umfangreichen Reiseangebot bei dieser Telefonnummer bestellen. 0,31, 329, 44, 44, 0,31, 329, 44, 44. Die Leitungen sind noch bis um halb neun besetzt. Neben frischen Spargeln und schönen Reisen haben wir Ihnen auch noch ein paar Tipps zum Sparen. Ein Kilo Dohl-Bananen kostet 2,30. Und Goldstar-Fisch-Sticks kommen Sie im Triopack für 6,90 über. Mit der Coop-Profit-Karte gibt es Lioner von Bell zum halben Preis. Sie wissen ja, Coop-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Einblendet sehen Sie jetzt nochmal die Telefonnummer von Coop-Extra-Reise, falls Sie den neuen Ferienkatalog bestellen möchten. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.